Servus und hallo zu Ben & Dad's Blood Party. Es geht weiter mit dem lustigen Zombie-Geschnetzel, mit mir dabei der Anno. Moin! Und der Banause. Hallo! Den ersten hat es schon gerissen. Joker ist schon Zombie-Muse. Der ist heute nicht mit dabei. Nee, aber nächstes Mal vielleicht wieder. Aber es gab ein Update. Ganz, ganz, ganz. Und drei andere neue Maps. Und wir haben uns gedacht, wir gucken uns die mal an. Das eine ist eine Versus-Map, also die werden wir mal recht schnell durchhören. Pux, du hast die ganz, ganz, ganz gestohlen. Gib sie wieder. Ich war gerade am Feiern, weißt du. Es soll neue Waffen geben, meinte der Banause. Ja, Shotguns. Shoot the gun. Shoot the gun. Und Hühnchen. Die sind jetzt nicht so ganz neu. Aua. Eine Hühnchenwaffe. Aua. Da habe ich wohl meine Beinchen verloren. Wo seid ihr denn? Borg! Borg! Was? Die Borg? Was? Die Borg? Na hier, sagt er. Hat der Latünchen hier halt. Hier ist die Borg. Die können aber auch ganz wies ziehen, oder? Wenn ich mal überhaupt was sehen würde. Man kann ja nur den roten Laser-Gruppen nehmen hier. Ficken! Ich seh den gar nicht. Das ist noch viel besser. Den roten Laser. Wenn du rechts klicken machst. Ja, dann weiß ich, aber ich seh den trotzdem nicht. Ja. Ach da! Mein Gott! Die Tolle ist das Ziel eigentlich völlig auf dicht. Aber irgendwie... Oh, oder Walvo? Oder Walvo's... Halbe Reste? Ja. Na, klappt's nicht, Anno? Nicht so wirklich. Du Sack! Nee! Du Sack! Aber können die Dinger überhaupt nicht so weit schießen, oder warum treffen wir sie gegenseitig nicht? Können sie da runterballern? Siehst du mich, Anno? Glaube... Ich glaube, die können nicht so weit schießen. Wo bist du rein? Unten am Boden. Oh. Äh... Probier's mal im Fallen, spring mal runter und dann schießt. Nee! Ist wie bei TTT Position Swapper. So. Okay. Klappt wohl nicht. Oh, nein! Nicht getroffen, ich bin einfach nur blöd gelaufen. Kunst des Krieges. Warte, bis der Gegner einen Fehler macht. Oh, ich kann mir die Waffe... ...krei... 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 Was? Okay, doch. Schön verpackt. Ich hab mir deine Waffe genommen, die du fein hast lassen. Ja. Hatte sie kurz, dann ist hier meine Hand explodiert und ich mach immer noch dieses Ziel... Ähm... ...Icon da. Ich halte jetzt irgendeine imaginäre Pistole in der Hand. Nice. Schön. Fuck. Ich mach einfach nur die Handbewegung mit der Waffe. Tschüss. Was ist denn? Ey! Was ist denn mit mir los? Was hängt denn gerade? Okay. Ach, du bist nur noch so eine Gehirnschnecke? Echt? Nö. Oder? Ich bin irgendwie ganz dünn. Du blutest... So fast alles voll, oder? Schon fast nur noch 2D. Hm. Ja. Ja. Ich muss mal kurz die Beine ausmachen. Der erbt mich. Ja. Hehehehehe. Oh, scheiße. Ich darf jetzt nicht aufstehen. Wah! Hallo? Ja? Hörst du auf? Nein! Ey! Jawoll! Ich bekomme mich nicht aufzustehen. Ach, scheiße. Mit einer Hand geht das? Naja. Flatsch. So ohne Beine geht es auch nicht anders. Ach, knallen. Scheiße. Guck mal bei Nause, wie sexy ich da lieg. Wo bist du denn? Unten. Glaube ich. Nee. Ich bin nach oben. Äh. Wir haben noch 8 Sekunden am Ende die Karte. Ja, dann ist halt so. Äh, wo bist du denn? Ich hab dich doch hier abgeknallt, glaube ich. Die Vieh! Oh! Was? Gewollen? Okay. Hä? Naja. So, nächste. The Moon. Also das ist eigentlich ne Versus Map gewesen. Wir hätten uns eigentlich alle gegenseitig umbringen müssen. Und der letzte hätte dann einfach ins Tor laufen können. Fetter Plan. Ja. Aber so toll. Die ist zwar nicht schlecht, die Shotgun. Aber so geil ist sie jetzt auch nicht. Oh, komm. Mit drei Leuten. Das könnte jetzt kompliziert werden. Da müsstest du auf jeden Fall auf den Dritten auch warten. Nix. Ich geh links. Ich als einziger rechts. Okay. Das kann ja spannend werden. Oh! Oh! Ähhh. Lass dir das mal eben unten. Jaja. Oh! Oh Gott! Shit! Ach du musst den Kopf hochwerfen, alles klar. Nein, nein! Okay, wie sieht das dahinter aus? Ist das da... Ah, okay. Ist das ein Knopf? Hm? Irgendwo müsste bei dir da ein Knopf sein dann, Arno. Ja, ich muss erstmal wieder rüberkommen. Soll ich mitkommen, Arno? Ähm, ja, wäre ganz nice, weil das ist so eine geteilte Plattform dahinter. Ich bin genau zwischen den Plattformen gelandet mit dem Kopf. Du musst da auch einen Kopf werfen? Ja, da oben. Nicht auf diese Platon, da oben erst wo dieses Schild ist mit dem Kopf. Und wie kocht man da hoch? Ja, gleich bei Nause hier. Moment, ich muss erst einen Knopf. Achso. Ist das jetzt unser letztes Leben oder ist das unendlich? Äh, unendlich. Okay, was ist hier sonst noch eine liegende Acht? Okay bei Nause? Bring du zuerst. Okay, und jetzt darüber den Kopf? Darüber den Kopf, direkt dahinter ist der Checkpoint. Werf nur nicht zu weit, weil dann rollst du nämlich quasi schon wieder drüber. Hast du? Ja. Na, aber ich schon wieder, es gibt's doch nicht. Ähm. Soll ich zurück, muss ich zurückkommen? Nee, oder? Nee, du bist ja beim Checkpoint da drüben, oder? Soll ich sonst links bei Nause vielleicht bist du rechts besser in den Kopf? Nee, das ist ja genau dasselbe. Naja. Okay. Links ist ja genau dasselbe, muss ich den Kopf überschmeißen. Scheiße in den Regen. Ha. Im Nachfolge als Plays verzögern sie sich aufgrund. Geschafft. Wo muss ich mal denn hin? Also irgendwo muss ein Knopf auf jeden Fall sein bei euch, damit ich hier hochfahren kann. Ja, ich seh sie. Weißt du nicht, welchen ich zuerst drücke? Ja, das wäre richtig gewesen. So, gut, ich bin auch in dem Knopf gestorben. Das ist toll. Ich bin auch gestorben. Äh, muss die Plattform jetzt erstmal wieder runter bei dir dann? Fuck it. Ja. Oh, oh, das klappt nicht. Oh, nochmal. Jetzt so. Hallo. So, und jetzt hoch. Ja. Jetzt muss doch noch einer sein. Oder soll ich? Ähm, warte, ich mach's. Äh, weg. Okay. Nochmal? Nee, die andere. Die rechte, die rechte Sorge, wenn du da hinkommst. Ansonsten springen wir nur vom Rand, Odin. So, warte. Achso, das ist natürlich auch ein Weg, ne? Sehr gut, das ist auch ein Checkpoint, ja. Ja. Alter, der verreckt auf diesen scheiß Knopf. Okay. Brauchst du einen Stier auf? Brauchst du was, Banauser? Ja, irgendeiner, ja genau den. Okay. So, und dann noch einen. Oh, es ist hell hier. Hm, sehen. Boah, geht auf die Augen. Okay. Jetzt muss ich auch wieder einen Schädel drüber schmeißen. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Und jetzt habe ich hier vier Knöpfe. Acht Säure. Das ist praktisch, weil die nächsten acht Plattformen sind in Säure gebarrt. Momentan. Drück mal den ersten Knopf. Okay, der ist schon mal für hoch, okay. Ja. Die auch nicht mehr runter machen, weil sonst eine Methode. Was sagt der? Ja, das ist der nächste. Warte, Anno. Ja. Okay, kannst du irgendwas machen mit der nächsten Plattform? Ich gucke. Kannst du dir runterlassen? Ja, das wird aber jetzt gleich ein Problem, weil hier ein Schwert ist. Falsch. Ich bin eine Gehirnschnecke. Oje, das wird jetzt aber scheiße, wenn du die gleich nochmal auslöst, ähm, sind wir tot. Welche steht ihr? Ja, warte mal. Äh, zwei und drei. Zwei und drei. Also den, den lasse ich hier oben, den einen hier. Dann ist er auch so, soll er so nicht. Dann zwei, ja, bist du, Anno, oder komm mal rüber, Anno. Dann machen wir es so. Dann kannst du eins und zwei auslösen. Nein, mein Fuß. Wir lösen mal eins und zwei aus. Okay, ne, das ist die andere. Warte, wie fehlt dieser drauf? Moment. Ja, passt. Ich bin gerade beschäftigt. Ich hörte auch noch falsch. Richtig. So ist es richtig? Ja. Na scheiße, ist es okay. Ah, ja, ja, jetzt, jetzt, glaube ich. Warte mal. Ja, das ist ein anderes Lauf. Also muss halt so sein. Ungefähr. Jetzt mal bitte nicht bewegen. Okay, man, einen muss ich ja dann hochfahren wahrscheinlich irgendwo. Welcher, der Problem ist, ich muss vorausfinden, welcher der letzte ist zum Hochfahren. Einen muss ich ja hochfahren wahrscheinlich. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Also ich glaube, die Plattform vor uns fährt nach oben und dann müssen wir den Kopf da drüber. Siehst du diese Wand mit diesem Schild? Ja, stimmt, stimmt, die ist eh vorher hochgefahren. Ähm, kannst du nochmal auslösen? Moment, Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob das meine war, Arno. Oder deine. Aber scheiße, ich deine. Ich komme mal rüber zu dir. Ähm. Okay, das ist die. Aua. Aua. Aber da habe ich noch irgendwo, ne, ich habe keinen Knopf mehr. Es regnet, Banause. Den, was du vorher ausgewählt hast, Banause, wo ich gesagt habe, nein, falsch. Genau. Ah, das ist schon mal ganz gut. Ah, noch einmal. Moment. Ja. Aber eigentlich sind die vor uns noch, oder? Da sind wir näher dran. Kann sein, dass die bei dem ersten war, aber die ganz vorne. Warte. Das ist gerade die falsche. Was auch? Auch? Auch. Nein, die sind doch nicht dabei, okay. Geht die vor uns vielleicht gar nicht höher? Wäre ja sehr ulkig. Wie sollen wir da von hier hinten rüber? Nee, die muss wir da. Die Kameraperspektive von ganz oben, um zu sehen, was Banause so auslöst. Auch falsch. Ja. Ja, die geht nicht höher. Die geht nur runter und rauf? Das ist ja ekelhaft. Das heißt, wir müssen von da auf den Kopf da rauf springen. Ja, wir sprinten nach vorne und versuchen, den Kopf da rauf zu schmeißen. Aber warte mal, müssen wir das auf den Button? Nee? Dahinter ist der rechten Sharepoint, ja. Dahinter ist der rechten Sharepoint. Gut. Ja, weil wir es geschafft haben. Okay. Achso, ich muss die Ahnung jetzt wahrscheinlich runter machen, ne? Die, die, die eine muss hier runter, ja. Verdammt, welche Warte denn das? Hilft vielleicht das? Okay, ich lässt jetzt genau die runter, auf der ich bin. Banause? Nein. Nee! Kriegst du was? Scheiße. Ja, da fährt bei mir eine hoch. Okay. Passt die so? Danke. 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 Tschuldigung. 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 Nein! Boah! Ey, das Messer, das ist aber behindert gelegt. Ey. Ich glaube, wir müssen da gleich mit mehr Zeit spielen. Ich glaube, wir müssen da gleich mit mehr Zeit spielen. Und Ty! Jetzt ist sie schon wieder runter. Ja, ich muss ja das Messer ausweichen hier. Scheiße. Aua, aua! Da liegt noch mein Kopf. Okay. Ist das die richtige? Ja. Ja! Hüpf! Oh Gott, ich würde das nie schaffen, glaube ich, oder? Anno, gib dir Mühe! Nein, ich meine... Scheiße. Geht hier rum um. Dahinter geht es ja nicht lustig weiter. Er wirft ihn nicht! Du musst beim Springen schon den rechten Mausknopf halten, am besten. Oh. Aber ich bin jetzt hier in diesen Zwischenebenen. Hilft mir das? Ja, das ist... Nee, kommst du nicht hoch. Komm, ich hüpf hier noch neben dem Knopf. Also, ich weiß, welcher Knopf das ist. So. Einmal runter. Ja. Ja, ey! Entschuldigung. Au! Meine Schlappen! Bist du drauf? Ja. Oh, oh. Ach, shit, Banaus. Ich brauche dich, dass du was auslöst gleich. Du musst mit einer Plattform hochfahren. Ja, ja, ja. Anno hat es geschafft. Au! So. Huah! Banause. Hast du eine Plattform bei dir? Oh, jetzt muss ich erst mal zum Checkpoint. Äh, ich habe hier ganz viele... Ach du Scheiße. Das ist ganz viele. Ach du Scheiße. Was geht denn hier? Na, warte mal. Da hinten ist eine. Warte mal. Huah! Ja, zwei müssen da sein. Äh. Toll. In der Checkpoint gesplasht. Ich glaube, wir müssen gleich wieder mehr Zeit spielen. Oh Gott, ich muss das noch für überleben hier. Leg mich doch am Arsch. Ist aber eine coole Map eigentlich, wenn das einer dann halt... Ach Scheiße, doch, wir schaffen es nicht mehr dann. Ich will jetzt den Scheiß Wurf schaffen. Ach, schade. Hier, doch. Ba, ba, ba. Okay. Okay, stell mal ein... Ich weiß nicht, was hatten wir jetzt? 10? Oh, das waren schon 10 Minuten, mein Gott. Mach 20. Mach mal eine X-Latsch-Folge. Da. Okay. Gut, jetzt wissen wir es ja schon, wie der Anfang funktioniert. Also wir haben aber nicht mehr den einen Knopf für das eine Ding gemerkt, was hoch und runterfahren muss. Okay. Sturm! Erster. Oh, die beiden hat er es auch schaffen. Checkpoint. Geschafft. So. Ich bin auf der ersten Plattform. Ja. So, und jetzt bin ich auf der zweiten. Ja. Das war... So, passt für dich. So, ja. Ich bin Checkpoint. Ich bin Checkpoint. Ich bin Checkpoint. Du kriegst gleich noch eine Plattform. Ja. Jetzt. Sehr gut. Und gleich noch einer. Ja. Bin drauf. Gut. Ach ja, hier muss ich auch noch drüber schmeißen. Oh, Gott. Zack. Checkpoint. Sehr gut. Jetzt kommen die ganzen Knöpfe wieder. Jetzt muss ich erstmal wieder alle rausholen. Nein! 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 Nachfolgend wird's Placeverzöger an sich aufgrund unendlicher Zombie-Battle-Light. Aua, Fuß ab! Ey! Ähm. Ich bin unter dir. Guck mal hin. Hier ist, hier ist die Real-Fried-Area. Ja, ich seh das schon. So, ich hüpfe dann schon mal ein bisschen hier. Aber wir hätten noch ein Messer. Wir brauchen die Plattform, oder? Welche Plattform? Na, die vor uns. Die sind schon alle hoch. Wollte ich was sagen? Ich hab die schon alle hochgegangen. Wir könnten langsam loslegen, eigentlich. Haha, Entschuldigung. Wollt. Du sexy! Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Au! Au. Aua! Oua! Boa, klingt nicht so gut. Au, au, au. Die ist vor oben, ne? Die eine. Ja. Der one. Okay, ich bin brav, Arno. Ja, ich jetzt auch, weil ab hier wird es nicht aktiviert. Seid da beide drauf? Ja. Ich finde es zu schade, dass sie davor das nicht einfach sein kann. Passt, bin drüben. Ja, okay, auch. Lol, jetzt schaffen wir das wahrscheinlich in drei Minuten. So. Ja. Alles gut. So, dann muss ich jetzt da hinten wieder rein. Ja, du solltest da... Da war zu früh. Richtig, das geht. Ja, ja, so ist es vorgemacht. Okay. Nein! Ich dachte, der Trick ist halt drauf stehen. So, jetzt muss ich gucken, welche Plattform ist welche. Die ist die. So, die andere sehe ich nicht, oder? Wahrscheinlich je einfacher. Was müssen wir denn bei diesen Plattformen machen? Die zweite nicht, was? Ach, da ist die zweite. Ja, ja, doch. Ja, ja, habe ich gesehen, okay. Nein! Okay, ich fahre die einen schon mal wieder runter. Danke. Danke. Oh, shit, da rauf, okay. Okay, ich fahre die noch. Okay, gut. Hat gepasst. Anno? Ja, ja, auf den Weg. Hier brennt es nur zwischendurch mal. Oh, come on, wieso schaffe ich das nicht? Oh, nee. Ähm, muss ich zu dir reinbauen, also nee, oder? Ich muss weiter. Nee, 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 hier sind nur die zwei Knöpfe, also nichts Besonderes. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, wir werden alle sterben. Das macht mir jetzt gut. Wo ist? Das geht eigentlich. Da, versuch Nummer 3. Es sind halt lauter am Messer. Extrem viele Messer. Aber, weil, wo bist du auf diese zweite Plattform gesprungen oder in den Kopf? Äh, den Kopf. Anno, ich sprung ihn auf die zweite und Checkpoint dann den Kopf. Okay, kann. Aua. Ja. Geschafft. Okay. Muss hier hinten auf was aktiviert werden? Nö, also ich muss hier jetzt auch durch Messer durchlaufen. Oh, scheiße. Au, okay, da war mein Körper. Das ist auch ein Checkpoint. Ich hab da kaum einen Sieg, find ich. Oh, ja. Scheibenkleister. Ach, scheiße. Nein. Komm, Krabbel. Das lässt sich so fies. Checkpoint. Geschafft. Okay. Krasser Typ. Okay. Es wird, gell? Scheiße. Es bleibt, gell? Es wird, gell? Hier darf man nicht springen, ja? Stimmt. Sonst ist Coop-Up. Coop-Up. Woop-Up? Oh, ich hab's auch geschafft. Ah, Glück gehabt. Anstatt Coop. Woop-Up. Ach, ja. Woop-Up. Du musst dich einfach abwarten, dann ist das eigentlich... Oh, shit, Jungs. Okay. Danke. Oh, Mann. Das geben wir mal, das geben wir mal so'n schön... Was? Das geben wir mal so'n schön beigeschmackt Coop und er fährt erst mal wieder runtergeschubst. Ne. Ähm. Äh, was ist das denn hier für eine Scheiße? Ach, komm, da kam aber auch... So, wieso bin ich hier jetzt respawned? Ich hab gar nichts gedrückt. Ach, fick dich. Hehehe, ich bin drin. Ich... Was, im Goal? Ja. Ich hab gar keine Nachricht bekommen. Ach so, ist der Coop, ja. Ja. Nein. Warte mal, was mich immer brennend interessiert ist... Brennend? Dieser Wortwitz. Ach, du Scheiße. Ist auf deiner Seite der Besten... Ne, du warst eben bei mir auch. Ja. Es hat einfach besser. Äh. Gut, wir brauchen es nicht nochmal machen. Nein, nein, nein. Ähm, ich hab das ganz einfach. Ich bin eigentlich... Am Anfang bin ich langsam gelaufen und irgendwann konnte ich den Kopf schmeißen. Da bin ich nach unten gekommen. Lass mich durch, lass mich durch. Oh, wenn man nicht runterfällt. Ah, Aua. Nein. Ernsthaft? Ach, Ficken. Und du bist... Hä? Ich bin noch im Leben. Ey! Nein. Scheiße. Ah, nein. Oh, Scheiße. Nein, ich mach den schon wieder. Nein. Ach. Oh, das liegt. Nein! 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 Oh Gott! Easy! Komm, Feuer, geh aus. Bist du jetzt auch schon da? Na sicher. Alles klar. Wo muss ich jetzt links, rechts, links? Gibt es hier mehrere Wege rein? Kopfbettel. Mit der lustigen Nase. Nein! Schön, aber schön. Du, aber wie, ihr meint? Und dann kommt das Ding raus von Glatsch und Winkwager. Wie noch stehen bleibt davor. Ja, ich wusste nicht, dass das da ist. Tut mir das gleich weh? Beide dich, wir müssen die Folge über hinten. Also verzögert das Let's Play voll in die Menge. Echt mal. Wie gehen wir die paar zu groß? Aber den Spruch bist du schon gewohnt von Civilization. Ja. Schnell, du brennst! Nein! Echt, einfach weiter! Komm, 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 komm! Ich brenne, das Ziel. Ich brenne, halb. Da kam die lebende Fucke, kam da erst mal angerannt. Die halbe. Wieso brenne ich denn jetzt schon wieder? Ich war doch gar nicht in Form. Feuer ist gut, aber... Da war ja nix. Da war ja nix. Warte mal, hier komme ich jetzt schon mal hier rum. Anno! Aufm Weg! Ja, da bin ich auch lang. Und dann von da habe ich, von der Kante, da habe ich den Kopf hingeschmissen. Im Rennen. Hier ganz rüber? Ja. Mit Sprinten, natürlich. Es ist nicht der Kopf angegriffen. Gut, ich hatte Glück, mich hat da ein Messer nicht erwischt, aber... Ah. Der Schalaam hat es ins Ziel geschafft. Sehen nur leider nicht. Teile meines Körpers haben tatsächlich das Ziel schon fast berührt. Oder mal gestriffen. So ein paar Blutflecken sind da angekommen. Na. Wie doof das aussieht bei Nase mit deinem Gesicht da. Amm, amm, amm. Wollte ich gerade sagen, was kauen die denn die ganze Zeit? Da. Im Ganzen angekommen. Respawns 23. Ich weiß eigentlich, dass der Anno mich am Ende runtergekickt hat. Ey, das wäre jetzt gewesen. Na gut, dann... Danke fürs Zuschauen. Das war Bane und Ed mit The Moon. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit... More Kitchen Fun. Oi. Ach, oder? Ihr habt ja noch gesehen, die Map. Ich glaube, wir erhöhen gleich das Zeitlimit. Ja, machen wir 35 draus. Vor allem mit drei Leuten wird das super witzig. Na gut, dann sage ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet uns auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke an Anno und Banausen fürs Dabeisein. Schaltet euch doch da gerne mal rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.